Hallo meine Lieben, ja heute ein ganz besonderes Video. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, ich gebe es zu. Ich möchte aber nichts vergessen, aber ich kann euch auch nicht zu viel erzählen, weil es uns einfach den Rahmen sprengen würde. Dieses Video hier wird ein Überraschungsvideo und zwar für eine ganz bestimmte Person, eine ganz bezaubernde Person, die ich über YouTube kennengelernt habe und dafür sehr, sehr dankbar bin. Ja, es vergeht auch kein einziger Tag, an dem wir uns nicht hören. Also ich glaube, unsere Telefone hassen uns am Ende des Abends, weil sie einfach nur noch explodieren wollen. Ich weiß nicht, wie oft ich meinen Chat schon geleert habe, weil es uns einfach gar nichts mehr geht. Und ich glaube, ihr wisst alle, wen ich meine. Genau, ich meine unsere Mama Co-Beauty. Liebe Steffi, dieses Video hier ist nur für dich. Es wird ein Gratulationsvideo als Überraschung, du weißt nichts davon. Ich habe es ein bisschen bereut, dir zu sagen, dass ich eine Überraschung vorbereite, weil du mich nicht mehr in Ruhe gelassen hast. Es war andererseits so süß, weil du immer gesagt hast, kannst du mir nicht ein bisschen was von der Überraschung sagen? Und ich habe gesagt, nein. Kannst du mir morgen was von der Überraschung sagen? Nein. Denn ja, das Wort Überraschung beinhaltet eigentlich schon, dass man erst mal nichts sagt und dann die Person überrascht. Also ich bin gespannt auf deine Augen. Ich hoffe, du sitzt jetzt gerade neben mir und bist bei mir zu Besuch. Leider trennen uns sehr, sehr viele Kilometer, was vielleicht gar nicht so verkehrt ist, weil sonst unsere Männer gar nichts mehr zu essen hätten. Und ja, also wir möchten dir gratulieren, liebe Steffi, von ganzem Herzen zu deinen 10.000 Abonnenten, die du unglaublicherweise in wirklich kurzer Zeit erreicht hast auf YouTube, was gar nicht so einfach ist. Aber ich weiß auch, warum du die so schnell erreicht hast. Nämlich, weil du so viel Herzblut und so viel Enthusiasmus in deine Videos steckst. Du hast so tolle Tipps immer für uns und dafür sind wir dir sehr, sehr dankbar. Wir freuen uns immer auf deine Videos und deshalb hast du so schnell die 10.000 Abonnenten geknackt. Oh mein Gott. Herzlichen Glückwunsch. Und ich sage absichtlich, wir möchten dir gratulieren. Denn ja, hier kommt nochmal ein bisschen mehr von deiner Überraschung. Nicht nur ich möchte dir gratulieren, nein. Ich habe auch ein paar YouTuberinnen gefragt, von denen ich weiß, dass du sie sehr, sehr gerne schaust. Die magst du sehr gerne. Du verfolgst ihre Videos und sie haben keine einzige Minute gezögert. Sie haben sofort gesagt, klar, logisch, beim Gratulationsvideo für die Steffi bin ich dabei, worüber ich mich sehr gefreut habe. Also an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank von mir, meine lieben, hübschen YouTuberinnen. Herzlichen Dank, dass ihr so viele tolle Worte für unsere Steffi gefunden habt. Alle Kanäle verlinke ich euch natürlich nochmal unten in der Infobox für euch da draußen. Aber ich gehe mal schwer davon aus, dass ihr alle YouTuberinnen, die jetzt im Anschluss kommen, kennt. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ihr mitgemacht habt. Nochmal herzlichen Dank. Und liebe Steffi, ich hoffe, du sitzt jetzt gerade noch auf dem Stuhl und bist nicht runtergeflogen. Ich reiche dir jetzt gerade nochmal ein Glas Wasser. Genieße es. Die Glückwünsche kommen wirklich von ganzem Herzen. Wir sehen uns im Anschluss nochmal und bis gleich. Hallo, meine liebe Steffi. Ich wünsche dir alles Gute zu deinen 10.000 Abonnenten. Bleib so, wie du bist. Bleib einfach meine Haulqueen und mach einfach weiterhin so schöne Videos. Du weißt, ich freue mich über jedes Video. Also alles, alles Liebe. Ich drücke dich. Ciao. Hallo, meine Liebe. Herzlichen Glückwunsch auch von mir für 10.000 Abonnenten. 10.000 Zuschauer, die dir so gerne zuschauen bei dem, was du so machst. Und das, was du machst, machst du verdammt gut, weil du es gerne machst und weil du authentisch bist. Und du hast YouTube unglaublich bereichert, innerhalb eines Jahres so viele Zuschauer an dich zu binden und zu fesseln. Das ist eine wahre Kunst. Und ja, wir sind sehr gerne dabei. Ein Teil von dir und du ein Teil von uns. Ich würde sagen, auf die nächsten 10.000 Zuschauer. Und ganz, ganz viel Spaß weiterhin. Deine Mina. Tschüss. Ich liebe Steffi. Herzlichen Glückwunsch zu deinen 10.000 Abonnenten. Du hast es dir sowas von verdient. Und ich liebe ja deine Videos. Das weißt du. Ich schaue sie mir super, super gerne an. Sie sind immer sehr informativ. Und was ich am meisten liebe, ist, wenn ihr mich mit Produkten anfickst. Ja, fühl dich umarmt. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute, viel Erfolg, viel Spaß. Es ist das Allerallerwichtigste. Und ansonsten sende ich dir noch ein Küsschen. Hallo liebe Steffi. Ja, ich glaube, es vergeht kein einziger Tag, an dem ich mindestens einmal deinen Namen höre. Denn uns beide verbindet eine ganz tolle Freundin, und zwar die liebe Heidi. Und das macht dich mir noch viel sympathischer, als du es eh schon bist. Du bist eine unglaublich schöne Frau. Und ich schaue deine Videos super gerne an. Du hast eine unglaublich tolle Ausstrahlung. Deswegen möchte ich dir auch ganz herzlich zu deinen 10.000 Abonnenten gratulieren. Und ich bin mir ganz sicher, dass du das noch verzehnfachen wirst. Ich wünsche dir alles, alles Gute und ganz liebe Grüße von mir. Tschüss. Hallo liebe Steffi. Auch ich darf dir gratulieren zu deinen unglaublichen 10.000 Abonnenten. Ja, wenn ich jetzt irgendwelche Luftschlangen hätte, würde ich sie in die Luft schmeißen. Ich hoffe, dass du in naher Zukunft noch ganz, ganz viele tolle Abonnenten dazubekommst. Ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen und schicke dir von hier aus ganz liebe Grüße und sage herzlichen Glückwunsch. Liebe Steffi, wir wünschen dir alles Gute zu 10.000 Abonnenten. Liebe, 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 liebe Steffi, ich überreiche dir jetzt mal diese wundervollen Tulpen. Stellvertretend für echte Tulpen, die ich dir jetzt leider nicht zukommen lassen kann. Möchte ich dir aber ganz herzlichst zu deinen, oh mein Gott, 10.000 Abonnenten gratulieren. Herzlichen Glückwunsch. Wie toll ist das denn? Ich freue mich sehr für dich und auf das noch ganz viele Nullen folgen. Also jetzt an der Zeit, ne? Und ja, von ganzem, ganzem, ganzem Herzen ganz viel Spaß weiterhin hier auf YouTube. Ich genieße es sehr, deine Videos zu gucken und mit dir bei WhatsApp zu schnacken. Und ja, auf dass wir uns dann jetzt endlich mal in Persönlich treffen, das wäre ganz toll, damit ich dir dann ein paar echte Knutscher auf die Wangen drücken kann. Alles Gute und viel Spaß weiterhin. Ich bin die Gersedale, wir kennen uns zwar nicht persönlich, aber ich schaue sehr gerne deine Videos und wollte dir alles, alles Liebe zu deinen 10.000 Abonnenten wünschen. Das ist so eine große Zahl, deshalb wünsche ich dir weiterhin sehr viel Erfolg und dass du deine Videos weiterhin mit sehr viel Liebe machen kannst. Hallo liebe Steffi, herzlichen Glückwunsch zu den 10.000 Abonnenten und auf die nächsten 10.000 Abonnenten. Ich bin so froh, dich persönlich kennengelernt zu haben und finde dich wirklich richtig klasse. Ich schaue mir deine Videos mittlerweile sehr, sehr gerne an und bin froh, dich für mich entdeckt zu haben. Ganz großen Knutscher von mir und das war mein Spiegel. Ich hoffe, der ist noch heil. Fühl dich umarmt von mir. Hallo Steffi, mein Schatz. Ja, auch ich wollte es mir nicht nehmen lassen, dir zu deinen 10.000 Abonnenten zu gratulieren. Ja, also auch ich habe dich durch YouTube gefunden. Du bist zu einem ganz, ganz großen Teil in meinem Leben geworden. Ich wollte dich nicht mehr missen. Ich kann mir YouTube ohne dich, ohne deine Videos auch nicht vorstellen. Ich hoffe, dass du noch ganz, 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 ganz lange dabei sein wirst und uns mit deinen tollen Videos erfreuen wirst. Und ja, die liebe Heidi Maus hat gesagt, ich muss mich kurz fassen. Du weißt, es ist nicht meine Stärke. Ich möchte einfach, dass du weißt, dass ich dir wirklich von Herzen gratuliere. Ich gönne es dir auf die nächsten 10.000 und freue mich auf ganz viele weitere Videos von dir. Pass auf dich auf, mein Schatz. Ich schicke dir einen ganz, ganz dicken Knutscher ans andere Ende der Welt. Bleib genauso, wie du bist und erfreue uns weiterhin mit deinen schönen Videos, mit deiner tollen Art. Und wir hören uns, wir lesen uns und ja, ciao! Ja, liebe Steffi, ich glaube, ich habe dir nicht zu viel versprochen. Diese Überraschung hier war tatsächlich nicht so einfach für mich zu behalten. Ich gebe es zu, denn immer wenn irgendein Video kam, ja, hat es mir natürlich in den Fingern gekribbelt und ich wollte es dir gerne erzählen, weil ich ja wirklich alles mit dir teile, was mit YouTube zusammenhängt und ja, also da habe ich mir schon echt schwer getan. Aber die Mädels, die haben dir wirklich von Herzen gratuliert. Du hast es ja gerade gesehen und ich glaube, da draußen sind noch viele, viele andere, die dir gerne gratulieren möchten zu deinen unglaublichen 10.000 Abonnenten. Genieße es! Und ja, wie hat so schön die Maria gesagt und wehe, die heult nicht nach dem Video. Nein, das hoffe ich natürlich nicht. Es war nur ein Spaß. Ich hoffe, dass dir diese Überraschung gefallen hat. Ich hoffe, sie ist mir geglückt. Und ansonsten, ja, bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich dich natürlich kennengelernt habe. Alle anderen sind auch glücklich über deine Videos. Das war es soweit von meiner Seite. Ihr da draußen nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch jetzt alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!